Das letzte Mal bei Dust. Endboss. Du kannst ja gar nichts. Und go. Herzlich willkommen zurück, Leute. Zu Dust. In a Legion Tale. Wir haben in der letzten Folge Fuse besiegt. Und ein bisschen mehr aus unserer Vergangenheit aufgedeckt. Wir werden unsere Abenteuer weiterführen. Ich habe dich gebeten, dass du in den Rumpenstein am Rumpen des Waldes von einem Mädchen schaust. Liegt in den Ruin, aber du hast einen Zettel von einem Mädchen namens Schaar gefunden, der an Moskau adressiert ist. Bring zurück, Zettel. Ich muss auf jeden Fall ins Dorf. Ja, spring schon mal in den Tod. Was waren wir denn hier? Bidget meint, hier ist irgendwo... Hier sind so viele Wege, die man gehen kann. Ich weiß nicht, wohin. Ich glaube, von hier kommen wir. Ja, genau. Von hier sind wir gekommen. Sinnloses, ungeziefer Respawn-Diräckstiger. Okay, wollen wir mal kurz speichern. Und weiter geht's. What's all this? These flags are a warning. The area up ahead is among the most dangerous of places. The challenges and creatures within are unlike anything you've dealt with before. Death will come swiftly, if you are not prepared. I think I've heard of these arenas. It's rumored, they contain precious treasures. Hey, your memory is coming back. Just little bits here and there. Think we should go in? Oh, um. I certainly hope you saved. I love these four-of-wall jokes. Let's go in. Come on. Welcome in the Kampfarena. Abisir deine Feinde und zerstörer Lampen, um Punkte zu erhalten. Wenn deine Feinde bei dir Schaden verursachen, werden dir Punkte abgezogen. Wenn du den Wettkampf schneller erledigst, bekommst du einen Punkte-Bonus. Viel Glück. Also wirklich schwer war das jetzt nicht. Nicht. Hups. Ops. Ich schläge wohl besser mal das hier drauf. Könnt ihr es wagen um mich anzugreifen? Böde Dreck säcke ich hasse diese Viecher. Ohne Ende alter. Boah. Bam! Okay, zwei Sterne. Ähm. Kraftsalve. Mächtige Mischung aus energetischen Stoffen. Plus 30 Angriff. 1x1 Midget. Ich hab was viel stärkeres. Gucken wie ich hier wieder rauskomme. Okay. Da müssen wir noch lang. Wir sind inzwischen weit im Norden. Oh, jetzt wird's interessant. Ja. Das ist der letzte Endkrieg, oder? Sagt jetzt von voraus. Oh, da ist sie wieder. Oh. 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 Ich kann einfach nicht hinschauen. Ich muss hinschauen. Ich kann nicht hinschauen. Ich muss hinschauen. Verdammt. Fidget. Wenn es zu dir ein Anime gäbe. Ich würde jede Version davon kaufen, die in jedem Land herausgekommen ist. Ich würde die Special Edition kaufen, wenn es von dir eine Actionfigur gäbe. Weißt du was? Scheiß drauf. Ich würde die auch kaufen ohne das Spiel. Oder ohne den Anime. Ich würde einfach nur eine Fidget Actionfigur zu Hause haben. Ich würde sie töten. Oh, nein. Das könnte nur eine Denim Village. Wie hast du eine Survivor? Ich bin sorry, Mayor Bram. Aber es gab keine. Das Kreatur, das hat die Village hat. Er war ein Kind von Lizard. Er hat eine andere Armour. Er hat sich... Fuse. Ein Lizard, du sagst? Hmm. Ein Moonblood, vielleicht. Ich wundere, wenn Ginger weiß was. Ginger? That girl up on the hill? Her Familie was killed almost a year ago in Zeplik Village. A few days journey to the north. General Gaius and his soldiers were looking for Moonblood sympathizers. General Gaius? Do you know who he is? Not personally. His is not a name we utter here without proper cause. I've never seen him or his soldiers personally. A tragedy tends to follow in their wake. Why do they kill Ginger's family? They were helping the Moonbloods, of course. Helping the enemy is a treasonous offense. Ginger escaped. But her parents and her brother did not. Regardless, I can't thank you enough for putting a stop to that mad beast before he came any closer to Aurora. If you want to ask Ginger about Fuse, I'd suggest you hurry. It looked like she was preparing to leave town for a while. Good luck. Hmm. Why can't I talk about Pitches? I want to talk about Pitches. I want to talk about Pitches. And I want to buy something. Welcome back. You're not a Yara. I don't want to buy something with you. But I have to do it. I don't want to do it. You're not a special place. Oh. Very nice. Thank you for coming. Thank you. Okay, we have to... Wer are you? Ich habe, glaube ich, gar nicht gesehen. Ach, ihr seid die komischen Hasen, die auf dem Feld gepoppt haben, ja. Wow, Alter! Ohne Scheiß, kannst du mal bitte damit aufhören, Game? Alter, immer wenn jemanden helft, auf einmal... Terroristen-Attacke! Ich verstehe das nicht. Warum würde jemanden helfen, diese witzige Lizard-Thinge? Der Fuse-Geräusch verbringte das ganze Stadt! Entstehen Sie nicht, Fidget? Er war nicht so geboren. General Gaius und seine Soldaten haben ihn in diesem Monster. Und Fuse ist sicherlich nicht der einzige, der von General Gaius' Hatschung von den Moonbloods verbringten. Wir sollten mit Ginger sprechen, um mehr über diesen Konflikt zu lernen. Oh, du wieder? Herr Bram sagte, dass du schon verlassen hast. Ja, er hat uns gefragt, um den Leader von diesen Monster zu stoppen. Das war ein Moonblood named Fuse. Er hat komplett komplett insane. Fuse? Oh, no. Er war leading die Monster? Du killed ihn? So, du kennst ihn, dann? Was er immer ein homicidal Pyromaniac? Was? No, never! Why did you kill him? He destroyed Denim Village, Ginger. Slaughtered dozens of innocent people. He refused to listen to reason and planned to attack Aurora next. I had to stop him. This war is turning all of us into monsters. Thank you, Ben, for releasing Fuse from his madness. Right before the end, he seems lucid. He told me a few things before he passed. He tried to tell me about the war, about your family. He was there the day my family was killed, yes. He was picking up supplies to bring back to his people. General Gaius attacked her village, burned it to the ground. I thought Fuse had been killed. Now I wish he had. I'm sorry. And why is that? The last time I saw an outfit like yours was the day my family was murdered. That outfit. It belongs to Gaius' soldiers. Who are you, really? I... Don't know. That is not an answer. Hey, ease off! Just can't remember, okay? He doesn't even know his real name. You know, you should be more thankful. He just saved this village twice and I... Well, I watched him do it. We are also really hungry. Fidget, please calm down. She's right to be suspicious. I don't know who I am, but I'm dressed as one of Gaius' soldiers. And that can't be good. Perhaps. But your friend is right. You saved my village twice today. Gaius and his soldiers would never do that. Especially if they knew I was here. Why is Gaius so obsessed with killing these moonbloods? What do they do? Nothing. They exist. General Gaius sees them as an impurity. A kind of cosmic mistake that he believes must be wiped from this world. I've tried to help where I can, but it's hard. There aren't many moonbloods left outside of their homeland. And it's only a matter of time before Gaius wipes them out entirely. Is there anything I can do to help? If only one man could stand against an army. Sadly no. There's nothing any of us can do. Any hope for the moonbloods died with my family. Hmm. Mayor Bram mentioned you were leaving town. Yes. The rivers and streams around Aurora are beginning to drive completely. Without water, the only thing to do is head north. It's only matter of time before the others follow me. Es pisst ja nur den ganzen Tag hier. Ne, nicht eine kleine Weile ago, jetzt gerade. Oh, oh, what the fuck seid ihr? Ja, ehrlich. Monsters, rothaarige. Bevor die Story aber jetzt weitergeht, ähm, wow. Dieses Video war jetzt ein bisschen deprimierend. Naja, ich bedanke mich mal wieder, wie gewohnt, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bei Dust in Illusion Tale.